Platz 1, da habe ich einmal was für dich. Also ich kann das nicht so gut mit dem Schütteln, aber ich denke mal, du als erfahrener Fahrer bist du da hin. Nicht daran, wo du denkst. Wer ist das? Genau, ja, also die Flasche ist ein bisschen groß, ja, ist eine große Shampoosflasche. Ich hoffe, ich schaue mir kurz das hin. Ja, das ist easy. Perfekt. Aua. Komm mal hin jetzt hier.